Es ist so, meine Damen und Herren, liebe Musikliebhaber, alles ein Ende hat. So ist auch mit unserem Konzert heute Abend bei euch. Wir danken für Ihren Besuch und hoffen wir auf ein baldiges Wiedersehen. Heute sagen wir Ihnen, ihr seid super, super, super Publikum gewesen. Also, für seine Leute spielen, das ist für uns Genuss, ehrlich Genuss. So, Feedback, prima. Ich gratuliere. Freunde, Ansam Michlic, Applaus für die Leute. Also, Freunde, mit der Folge Limpeldi möchten wir uns von Ihnen verabschieden. Wir danken für Ihren Besuch und, habe ich schon gesagt, hoffen wir auf ein baldiges Wiedersehen. Für heute sagen wir gute Nacht, bleiben Sie gesund, kommen Sie gut alle nach Hause und bis zum nächsten Mal sagen wir Ihnen Tschüss, Freunde, kommen wir gerne immer nach Maria Roya. Servus! Wir danken für Ihren Besuch und hoffen wir auf ein baldiges Wiedersehen. Wir danken für Ihren Besuch und hoffen wir auf ein baldiges Wiedersehen. Wir danken für Ihren Besuch und hoffen wir auf ein baldiges Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020